Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute geht es um den neuen Modus Spielbiese und ja alles rund um den Spielbiesenmodus und ja erst muss man sagen dass es ein Kreativmodus ist und ja man kann alles machen was man will mit seinen Freunden und ja wenn man zum Beispiel gekillt wird dann respawned man wird nicht in die Lobby zurückgeworfen und ja man kann zum Beispiel im Spiel Wiesenmodus kann man trainieren, seinen Baustiel perfektionieren, mit Freunden, Baupettes machen, gemeinsame Festungen bauen, zum Beispiel sein Aim auf verbessern, Schussgenauigkeit mit den verschiedenen Waffen, zum Beispiel Twin Shots ist auch, ja das ist auch, kann man recht gut üben und man kann auch, das ist jetzt eher unser sein, aber coole Videos mit dem Replay Feature machen zum Beispiel für diese ganzen Videos, also diese ganzen Videos könnt ihr bestimmt mit den Fortnite Filmen da, ist echt nice und ja wann ist dieser Modus verfügbar? Wahrscheinlich entweder morgen also am Dienstag oder am Donnerstag und man weiß noch nicht ob der Modus länger bleibt oder so dauerhaft spielbar sein wird oder ob er nur eine Woche lang verfügbar sein wird. Lass mich jetzt herausstellen, es wäre auf jeden Fall mega cool wenn der Spielwiesenmodus einfach für immer da wäre, dann könnte man einfach so richtig coole Fortnite Filme machen. Ja hätte ich auch zum Beispiel Pop drauf, weil ich die Fortnite Filme echt gerne schaue und ja schreibt mir mal gerne eure Meinung zu dem neuen Modus in die Kommentare und ja der wurde schon richtig lange angekündigt, viele haben richtig lange auf den Modus gewartet, ich auch unter anderem und ich bin endlich froh und bin gespannt wie das wird, ich freue mich, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Video, haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal!